Also Leporello meint, manchmal werden auch die Psychotherapeuten selber krank. Ob das dann Genozid, Autozid oder Suizid oder ein natürlicher Tod ist, das ist ja alles irgendwie sehr ähnlich. Verstehst du? Oder ein Kriegsverbrechen oder selber Suizid nach Kriegsverbrechen. Oder, verstehst du, die Konstellation in der Permutation, in der Kompetitorik ist unendlich hoch. Also, die Statistik und der Philosoph, der Rechtsphilosoph, der kann nur feststellen, den Tod vieler Psychotherapeuten und innen. Und das binnen kurzer Zeit, verstehst du? Tausende, kannst du sagen. Also, wenn jedes Mal die Heiler, sei es Priester, Kaplene oder Psychotherapeuten und fachlich hochspezialisierte Menschen selber frühzeitig von der Gottheit angerufen werden. Dann haben wir ein Problem durch die Gottheit gemacht, durch die Prädestation oder aber auch ein Sicherheitsproblem. Man weiß da nicht, wer schuld sein könnte. Geist. Schein. Geist.